Ich habe das getan, was zu tun ist, um diesen Krieg zu beenden. Ehre wird diesen Krieg nicht gewinnen. Das ist somit der letzte Tag des Autobot-Widerstands. Ich stelle mir die Frage, ist das ein hoffnungsloser Kampf? Hat mein Handeln zum Aussterben unseres Volkes geführt? Der Allspark ist eine Lebensader. In den Händen von Megatron. Es ist schwer, vorherzusagen, was er damit tun könnte. Der Allspark. Ja. Ein sauberer und endgültiger Sieg. Wenn wir weiterhin diesen Kurs fahren, wird niemand übrig bleiben, der siegt. Ab ihn! Der Kreis schließt sich, Prime. Du bist besiegt. Beenden wir diesen Krieg. Jetzt! Du bist besiegt. Du bist des Mannschaft. Vielen Dank.